also ich bin hier gerade roblox ja ja sehr entspannt die runde gerade hier in roblox ich kann mal kurz ranzoomen so sieht mein account aus natürlich mit dortmund trikot alles drum und dran ja bin ich eigentlich ganz ehrlich ich hätte auch manchester kleidung nehmen können aber egal und ja ihr seht ihr meinen cash ich hab schon 26 geteilt ja natürlich habe ich gerade auto fliegen an ich mache mal kurz aus weil hier gibt es gerade sowas geöffnet ja erstmal runter gehen 130.000 ok beanspruchen kann ich noch ein bisschen ruhig mehr upgraden jetzt kommen meine etagen jetzt mache ich mal wieder auto denkmalen dann kommen wie weit ich jetzt fliege weil da war mein letzter sprung ja sehr nice auf jeden fall ich würde sagen bis zum nächsten mal euer emmanuel